Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich habe heute ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie, welches ich Ihnen zeige. Und zwar von Ewald Schillig, das Modell Domino in einem Flachgewebestoff, hell, zweiteilige Ecke. Ewald Schillig hat letztes Jahr Pleite gemacht, leider eine sehr tolle Firma mit schönem Design. Diese Garnitur ist eine der letzten von Ewald Schillig, ein Kundensterno, welches wir dann Anfang letzten Jahres gekauft haben und dann aufgrund der Menge, die wir gekauft haben, erst jetzt zum Verkauf bringen. Eine Ecke in einem sehr, sehr angenehmen Stoff, der einen robusten Eindruck macht, mit mehr Sitztiefe, mit losen Kissen. Sie können also hier ohne Kissen auch launchen, mit viel Platz zum Lümmeln, zum Liegen. Hier kann man liegen, da kann man liegen, also Platz für die ganze Familie in einem sehr dezenten, beigen oder hell, cremefarbig, nein, creme ist es nicht, sandfarbigen Stoff. Sicher etwas empfindlicher wie dunkel, aber für kleine Räume sind helle Stoffe gut geeignet, weil sie den Raum größer erscheinen lassen. Domino war eines der Klassikermodelle, die wird auch in zehn Jahren noch modern sein. Domino ist immer gut gelaufen, Domino ist was für Leute, die es gern launchig mögen und auch ein bisschen Platz haben in dieser Größe. Sie brauchen hier nämlich 2,91 x 199 cm Platz für diese Kombination. Dieses Stück gibt es jetzt bei profischnapp.de zum Schnäppchenpreis, online unter profischnapp.de oder live hier in Empfingen. Wann kommen Sie vorbei, würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.